Was steht eigentlich hinter der Poison-Reverse-Strategie beim Routing? Wir gucken uns das mal an. Ich habe hier so ein Netzwerk gezeichnet aus drei Routern T1, T2, T3. Hier stehen jeweils die Kosten an den Kanten und wir haben hier die Kosten 4 zum Beispiel. Und nehmen wir mal an, hier bei dieser Kante passiert irgendwas und die Kosten steigen auf 60. Boah, echt, wer hat sich denn den Mist ausgedacht? Die Erklärung steht mindestens auf 10 Seiten und den 20 YouTube-Videos. Und kein einziger Mensch kam mal auf die Idee, das irgendwie abzuändern. Ja, ich würde jetzt sagen, wir lassen den Schmodder mal beiseite und wir machen das ein bisschen anschaulicher vielleicht so. Sieht schon mal besser aus. Ich hatte trotzdem ein Problem damit. Ich will es noch ein bisschen pragmatisch haben. Wir machen es so. Für mich ist die Fritzbox so der Standard-Deutsche Router, wenn er auch nicht der Router ist, wie man ihn jetzt sich im Internet vorstellt. Wichtig ist für uns, wir haben hier unten keine 50er-Kosten, sondern wir haben hier eigentlich nur hohe Kosten. Und die hohen Kosten sind eigentlich nur dafür da, damit der Router nicht direkt mit diesem hier kommuniziert. Und das ist alles, wofür es da ist. Deswegen, wir brauchen da gar keine Verwirrung. Wir machen die ganze Leitung einfach weg. Passt. So, wichtig ist dabei zu merken, dass dieser Router mit diesem hier nur kommunizieren kann, wenn er über diesen hier geht. Okay? So, das heißt, wir können jetzt sagen, hier könnte jetzt die Leitung ausfallen. Jetzt würde im Normalfall sowas passieren wie Counter-Infinity. Das heißt, die würden sich irgendwie hochschaukeln. Der würde denken, der kennt den Weg. Der würde denken, der kennt den Weg. Also ganz blöd. Jetzt kommt Poisoned Reverse. Der stellt fest, okay, pass auf, hier an der Stelle, da ist irgendwas passiert. Ich kann ihn nicht mehr erreichen. Ich kann ihn nicht mehr erreichen. Also sagt der einfach seinem Router, mit dem er verbunden ist hier, pass auf, die Kosten zu dem hier, die kenne ich nicht mehr. Die sind unendlich. Ich kann ihn nicht mehr erreichen. Und dann hat der hier in seiner kleinen Routing-Tabelle irgendwo was stehen und sagt, okay, Moment, das geht gar nicht mehr. Den kann er gar nicht mehr erreichen. Anstatt, dass er dann dem hier updatet, ja, aber Moment, ich habe ja noch eine Leitung für dich. Und das ist im Grunde alles, was Poisoned Reverse macht. So, jetzt machen wir das aber nochmal weg. Nochmal ein bisschen weniger Elan-Technik. Also nochmal ganz einfach. Wenn hier eine Leitung ausfällt, Poisoned Reverse, dann stellt dieser Router das hier fest. Wenn er das feststellt, sagt er dem Router und vielleicht auch noch anderen Routern, mit denen er verbunden ist, Bescheid. Okay, Achtung, ich habe jetzt keine Verbindung mehr zu dem. Jeder, der über mich gegangen ist, soll bitte diese Verbindung kappen. Das heißt, dann weiß der Router auch sofort, ah, okay, ich komme ja gar nicht mehr zu dem rüber. Die Verbindung existiert nicht mehr. Und ja, das war es auch schon über Poisoned Reverse.